Astrofotografie mit Autoguiding ist wie ein Autopilot für Kamera und Teleskop, allerdings mit einem Unterschied. Willkommen im Astrokanal von astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Sie erhalten hier viele Tipps rund um die praktische Beobachtung und Teleskope. In diesem Video Autoguiding Teil 2 geht es um die Praxis. Früher musste man eine Montierung mit der Hand nachführen. Irgendwann kamen dann Nachführmotoren hinzu. Doch man musste immer bei der Belichtung mit sehr hoher Aufmerksamkeit kontrollieren, damit nichts schief ging. Mit Autoguiding können Sie sich dagegen ganz entspannt zurücklehnen und den Computer und die Montierung den Job erledigen lassen. Ganz ähnlich, als würden Sie einen Autopiloten einschalten und der würde Sie autonom zum Ziel bringen. Aber im Unterschied dazu haben Sie nach der Fotonacht noch kein fertiges Foto. Sie sind also noch nicht ganz am Ziel, denn danach folgt dann die Bearbeitung am PC. In diesem Video geht es nur um die Praxis unter dem Sternenhimmel und wie Sie das perfekt nachgeführte Foto in den Kasten bekommen. Viel Spaß! Wie bauen wir das Teleskop nun auf und bereiten es für das Autoguiding vor? Wir machen das jetzt nun direkt draußen am Beobachtungsplatz. Achten Sie darauf, dass Sie einen guten Blick nach Norden haben und auch einen guten Blick auf Ihr gewähltes Fotoobjekt. Am besten also auch in die südliche Richtung. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir für das Autoguiding brauchen. Im ersten Video sind wir ganz genau darauf eingegangen, deswegen jetzt nur noch einmal ganz grob. Als Aufnahmeinstrument verwenden wir hier einen Omegon 94mm Triplet-ED-Apo mit zwei ED-Linsen. Das Gerät ist kompakt, hat eine gute Abbildung, eine einschiebbare Taukappe, einen Tragegriff und einen 3 Zoll Okularauszug mit einer 1 zu 10 Untersetzung. Eine Montierung, die das automatische Guiden überhaupt erst möglich macht. Viele GoTo-Montierungen können das von Haus aus. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Ihre Montierung auch einen Autoguiding-Anschluss hat. Achten Sie bei der Wahl von Montierung und Optik darauf, dass die Kombination zusammen stabil genug ist, auch bei leichten Windstößen. Die Kameras sind inzwischen so empfindlich, dass wir ein kleines Guide-Scope nehmen können und das in den Sucherschuhe einsetzen. Auch wichtig ist natürlich eine Guiding-Kamera wie diese Omegon Guide 1200 BM Mono. Wir haben zwei Anschlüsse, einen USB und einen ST4. Das USB-Kabel kommt in den Laptop, das ST4-Kabel in die Montierung. Ganz klar benötigen Sie auch eine Aufnahmekamera wie zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera. Dann aber auch noch einen Adapter von T2 auf 2 Zoll. Schon vorher, zum Beispiel am Tag, sollten Sie die Guiding-Software installieren. Gehen Sie auf die Webseite openphdguiding.org. Oben rechts sehen Sie jeweils einen Download-Button für Windows- oder Mac-Computer und laden Sie die Software herunter und installieren Sie diese. Später werden wir sie noch benötigen. Richten Sie jetzt Ihre Montierung auf den Himmels-Nordpol aus. Eine Anleitung, wie Sie Ihre Montierung auf den Pol ausrichten, finden Sie in unserem YouTube-Kanal oder direkt als Link in den Shownotes. Sobald Sie die Montierung fertig ausgerichtet haben, steuern Sie das Objekt an, das Sie fotografieren wollen. Stellen Sie es scharf und positionieren Sie es in der Mitte des Bildfeldes. Doch wir wollen hier ja das Autoguiding zeigen. Auch die Guiding-Kamera muss zunächst scharf gestellt werden, und zwar erst grob mit der Fokussiermechanik und dann mit dem Helikalfokussierer. Das Fokussieren der Guiding-Kamera in PHD2 ist oft nicht ganz einfach. Deswegen wäre es besser, wenn Sie das in der Aufnahmesoftware, die zur Kamera gehört, erledigen. Das Scharfstellen ist in jedem Fall eine Herausforderung. Anders als mit der Spiegelreflex-Kamera sehen Sie oft nicht die großen Stern-Donuts, wenn die Kamera noch etwas unscharf ist. Erst kurz vor dem Schärfepunkt werden die Sterne sichtbar. Falls Sie das Omegon-Guide-Scope und die Omegon-Guide-Cam 1200B Mono haben, sind das die Positionen, die Sie brauchen, um den Schärfepunkt immer wieder schnell zu finden. Die Kamera muss hier bis zur weißen Markierung herausgezogen werden. Nun starten wir PHD2. Unten sehen Sie eine Leiste mit Symbolen. Klicken Sie zunächst auf das USB-Symbol. Wir wählen hier die Kamera und stellen darunter auf On Camera für die ST4-Schnittstelle. Dann müssen wir die Kamera verbinden. Jetzt stellen wir hier die Belichtungszeit am besten auf eine Sekunde. Wir sehen jetzt schon Sterne. Wir erhöhen hier aber am Schieberegler nochmal den Gamma-Wert. Jetzt rauscht es ziemlich, aber wir sehen viel mehr Sterne und genau darauf kommt es auch an. Nun geht es darum, einen Leitstern auszuwählen. Dazu klicken Sie auf das Auto-Select-Star-Symbol und die Software sucht sich automatisch einen Stern. Und Sie drücken dann auf das nächste grüne Symbol. Dann beginnt die Kalibrierung. Sie erkennen das auch daran, dass jetzt ein gelbes Fadenkreuz über den gesamten Bildschirm angezeigt wird. Nun folgen ein paar automatische Prozesse. Die Montierung dreht sich minimal nach Ost-West-Nord-Süd und es wird auch getestet, welche Impulse gegeben werden müssen, um den Stern in die richtige Richtung zu bewegen. Das Ganze dauert etwa zwei Minuten. Danach geht PHD dann in das Guiding über. Sie erkennen das auch daran, dass aus dem gelben Fadenkreuz jetzt ein grünes, etwas dickeres Fadenkreuz geworden ist. Hier sieht man nun, wie die Montierung geguidet wird. Die rote Linie ist die Deklinationsachse und die blaue Linie die Rektastensionsachse. Hier sieht man, dass die Deckachse gerade wegläuft. Die roten Balken oberhalb zeigen an, dass gerade versucht wird, die Achse zu korrigieren. Und jetzt sehen wir, dass beide Linien gerade laufen und das Guiding gut funktioniert. Testen wir das Ganze mal, indem wir eine Langzeitaufnahme von 5 Minuten Dauer machen. Vergleichen wir nun die Aufnahme des Orionnebels, die wir zuerst ohne Guiding und anschließend mit Guiding gemacht haben. Man sieht auf der ersten Aufnahme ohne Guiding und mit ganz normaler Nachführung recht lange Strichspuren. Mit der gleichen Belichtungszeit zeigt die zweite Aufnahme mit Guiding punktförmige und perfekte Sterne. Ja, das war der Teil zur praktischen Arbeit unter dem Sternenhimmel. Ist es für Sie unpraktisch, einen Laptop mit ins Feld zu tragen, dann gibt es auch eine andere Möglichkeit. Und zwar Standalone Autoguider. Bei diesen Geräten brauchen Sie keinen extra Laptop. Bekannte Guider in dem Bereich sind MGen, ACR und StellarMate. Beim MGen ist die Kamera und der Guiding-Computer in einem Gerät vereint. Wir steuern das Guiding direkt über die Knöpfe auf dem MGen. Das Gerät ist sehr praktisch für Fotografen, die keine Astro-Kamera, sondern eine DSLR verwenden wollen. Mehr über den MGen erfahren Sie in einem Video von Frank Sackenheim, das wir in den Shownotes verlinken. ACR ist ein kleiner Computer, der über WLAN mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert wird. Hier können Sie einen ZWO-ACI Autoguider und eine DSLR steuern. Und eine Astro-Kamera ist auch möglich. Das StellarMate ist ein kleiner Linux-Computer, der ebenfalls über WLAN mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert wird. Hier lassen sich die meisten Kameras und Autoguider und Montierungen fernsteuern. Auch PHD2, was Sie vorher gesehen haben, läuft einwandfrei auf StellarMate. Aber Sie brauchen dazu gute Computer- und Linux-Kenntnisse. Sonst kann es schnell frustrierend sein, mit dem Gerät zu arbeiten. Mit den beiden Guiding-Videos haben wir Ihnen die nötigen Schritte für erfolgreiche Astrofotos an die Hand gegeben. Jetzt müssen Sie in den nächsten klaren Nächten nur noch raus und diese Tipps in eine schöne Aufnahme verwandeln. Wir wünschen viel Spaß dabei. Beobachten Sie gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017